eine geldbörse im nintendo controller style und zwar nicht irgendein controller sondern der nes controller wer denkt nicht an diese guten alten zeiten zurück und in form eines portmonees passt es in jede tasche wunderbar hinein nicht nur für geld sondern auch für kreditkarten oder sonstiges ist platzgegeben ein muss für jeden nintendo fan mehr finden sie auf unserer webseite closeup.de